Die somalische Leichtathletin Samia Yusuf Omar ist tot. Die Sprinterin, die 2008 bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Peking die somalische Fahne trug, starb auf dem Weg zu den Olympischen Spielen in London. Weil das somalische Nationale Olympische Komitee kein Geld hatte, versuchte sie auf eigene Faust nach London zu reisen. Wie er Trainer der italienischen Tageszeitung Corriere della Sera mitteilte, versuchte die 21-Jährige über Libyen nach Italien zu gelangen. Vor acht Monaten verliert sich ihre Spur. Auf einem Flüchtlingsboot erlitt sie verrugt mich von Malta Schiffbruch. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017